Wir sind jetzt hier bei einem hohen Hauptplatz von Florenz. Und hier sieht man schon, wie diese Leute hier anstehen. Es ist ja jetzt schon fast Ende November, nach 10 Tagen bis zum Fluss. Und darum her, halb November. Und trotzdem ist hier die Hölle los. Alles voll, hier noch ein Tieracker. In dem Gebäude waren wir schon drin, da sind wir schon 10. In der Kirche schauen wir uns jetzt mal an. Hallo. Wir sind gleich wieder in der Roschmung an. Hier sieht man wie viele Menschen hier, die heute da sind. Wie am Hauptbahnhof sozusagen. So. Komm mal hin. Start das jetzt.